Seid gegrüßt. Wir erwarten von unseren BewerberInnen Pünktlichkeit, Teamfähigkeit, zur Seite damit. Willkommen bei der Galeria Karstadt Kaufhof GmbH. Stell dir die Galeria als ziemlich angesagten Club vor. Ohne nervige Schlange. Ausgelassenheit liegt in der Luft, erwartungsvolle Blicke überall. Und alle haben sie ein Ziel. Den perfekten Aufenthalt. Es gibt drei Dancefloors. Verkauf, Kasse, Warenservice. Hier strahlen sie Einzelhandelskaufleute. Hier lesen sie Wünsche von den Augen ihrer Kundinnen ab und erfüllen sie direkt im Anschluss. Wie haben die es bloß da reingeschafft, fragst du dich? Am besten strahlst du Vertrauenswürdigkeit aus. KundInnen werden nämlich dich um Hilfe bitten. Hilfe! In diesem Club musst du fit sein und dich gut ausdrücken können. Schließlich hast du hier tagtäglich mit zahlreichen KundInnen zu tun. 225 Millionen BesucherInnen bundesweit, um genau zu sein. Aber keine Sorge, du bist nicht allein. 600 Azubis, 16.000 MitarbeiterInnen deutschlandweit stehen dir bei. In jedem Club sollte dein Outfit vor Stilsicherheit strotzen. So, dass sich TürsteherInnen nur respektvoll verbeugen. Und KundInnen schon von Weitem auf deine Expertise schließen können. Beratende, zur Seite stehende, dienstleistende Moves, die du voller Freude in Verkauf, Kasse und Warenservice hinlegst. Lassen alle vor Begeisterung in die Luft springen. Denn du hast grandioses Taktgefühl, das du bei den verschiedensten KundInnen mit verschiedensten Ansprüchen auch brauchst. Und sie alle wollen etwas von dir. Haben sie vielleicht etwas Passendes für mich da? Könnten sie mir verraten, wo ich die passende Küchenmaschine zu meinem Teig finde? Finden sie, ich sollte lieber dieses Oberteil hierzu anziehen oder dieses hierzu? Da willst du jetzt schnell ran und für Ordnung sorgen, was? Moment! Der Sieg liebt die Vorbereitung. Keine Sorge, du musst kein Latein können. Damit du auf all diese Fragen eine Antwort kennst, durchläufst du nämlich verschiedene Abteilungen bei der Galerie. Und wenn euer Sortiment klangvolle Beats sind, hast du sie alle spätestens nach Warenkunde, Fachlehrgängen und dem Angebot einer digitalen Prüfungsvorbereitung so richtig verinnerlicht. Und nichts steht dir mir im Wege, um Kapitänen in aller Sortiment-Dense-Floors zu werden. Äh, ich meine natürlich der leuchtende Star aller Sortiment-Dense-Floors zu werden. Also, ab unter die Dusche, Lieblingsschuhe an und ab zur Galerie.